Nonna! Endlich habe ich dich gefunden, Großmutter. Bitte, Dottore, was fehlt dir? Ist es gefährlich? Um aufrichtig zu sein, die Diagnose ist nicht sehr ermutigend. Und wenn man das Alter berücksichtigt, immerhin ist sie kein kleines Mädchen mehr. Olga, mir geht es bald zu Ende. Olga, du bist die Einzige, die ich auf der Welt habe. Ich vermache dir alles, was ich besitze. Meinen ganzen Schmuck. Gold, Rubine, Brillanten. Für ganze neun Milliarden. So, hier, Oma, und erzähl schon. Bleib uns schön beim Thema. Hier habe ich nichts, überhaupt nichts. Aber woanders, Olga. Hier, hast du gehört? Silenzio. Familienschmuck. Hab ihn versteckt in Russland. Während der Revolution. Musst hinfahren, Olga. Der Rote Platz. Das Herz Moskaus und unseres großen Landes. Sagen Sie bloß noch, Sie verfolgen die Signorin. Wer? Wir? Wenn Sie mit Verfolgen nachsteigen meinen, Una Bella Ville, ja, gefällt sie wohl nicht, was? Oh, ganz im Gegenteil. Eko. Das Gump. Eines der größten Kaufhäuser Europas. Hier werden täglich mehr als 200.000 Kunden bedient. Einen besuchen und sich immer. Verschallt's da.